yo leute was geht ab ich bin heute wieder am start aber ich bin wieder alleine leute es gibt heute etwas was ich euch sagen muss und zwar erstens schuldigung meine stimme ist ein bisschen weg ich bin heiße mit freunden das so rumgeschrieben ist das jetzt bescheid freundabend auf jeden fall musste ich was sagen der emin möchte vielleicht aufhören mit youtube leute was ist eure meinung dazu ich trete dieses video um ihnen zu zeigen dass er mir sehr wichtig ist dass er nicht mit youtube aufhören soll was du meine leute schreibt es in die kommentare auf jeden fall ich möchte euch noch mal ganz kurz danken danke für 54 abonnenten das ist echt geil und leute die es schon gemerkt habt ich mache ein frage und antwort video schreibt eure fragen unter die videos bzw schreibt mir jetzt noch ein paar weitere fragen unter dieses video hier wird schon glaube ich 11 fragen zusammen getrommelt ich weiß nicht wie viele ich frage mich ich im video nehme ich schreibe mir ein paar fragen unter die videos unter dieses video am besten mit glück kommt eures für euch in mein video die besten und die interessantesten aus leute und hausgaben ist das bewerben immer weinten craint und ich habe noch keep in die vater woche ich habe schon sehr viele kleine berンタresse ich habe das eine bis zu Ende am besten aber einfach nicht mehr auch dass das was für euch leuteesis schon mit dem leser aber mich nicht zugleich aufhören noch nie und die ehren wir nie dass ich richtig summarize auf die förmungen das machen und auch ich mache nicht weiteres ich habe ja jetzt bin ich gehen jetzt weiß ich habe das los und leute schreibt in die kommentare ob ich ihn aufwarten soll oder weitermachen soll das würde mich und ihm sehr interessieren auf jeden fall leute wisst bescheid das prinzip abo da lassen nichts mehr verpassen daumen hoch wenn es euch gefallen hat und für mehr videos und in die kommentare schreiben wegen der sache mit ihm inhalt eben soll aufhören mit youtube oder eben soll weitermachen mit youtube das möchte ich gerne von euch wissen und ob ihr mehr videos wollt wenn ihr schreibt auch in die kommentare was für videos auf jeden fall leute wir sehen uns dann morgen wieder mit einem let's play und wenn nicht in den übermorgen oder sonst irgendwann sehen uns dann bald wieder leute bis dann